hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play battlefield 4 in dieser runde entschärfung das ist so wie bei wer nimmt die bombe niemand ja dann nehme ich sie das ist so wie bei cod dieser normale modus der standard modus quasi nein nein nicht der standard modus sondern eher etwas anderes dieses zerstören so und zerstören naja immerhin ein kill ja aber ob wir das gewinnen das glaube ich jetzt man kann es ja noch so schön zu gucken das eine obwohl haben schon verloren schauen wir mal wer lebt denn noch der oder kommt der kommt der kommt mal schauen wie der das macht nicht wundern das wird wahrscheinlich sie hätte nicht hat er nicht gesehen ich habe mir sogar ihr habt den chinesen doch gesehen ja links näher rechts rechts dabei der treppe what the fuck na egal okay ich nehme die bombe nicht alter da wird man da nur gesichtet naja glaube ich jetzt einfach mal ich weiß es nicht verlieren wir wahrscheinlich schon ne ach guck mal die haben immer 100 wo ich bin der erste mit den ersten kill da geil lungs lungs ja man ich bin richtiger chinese jungs macht doch mal was man verwandert man man habe man do man 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 aman man 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 Dann wird er richtig hart geballert. Hm. Mal schauen, ob wir das jetzt schaffen. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Nein, 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 nein. Ich habe nichts gesagt. Tötet ihn. Ja. Alter, okay, ich nehme meinen Mund nie mehr zu voll. Nie mehr. Sein Team hat gewonnen. Okay, aber Halbzeit ist das erst. Teamwechsel. Okay, jetzt müssen wir entschärfen. Jetzt können wir noch ein bisschen XP, Punkte, etc. Fände ich gut. Drei Kills, hey. Drei Kills. Aber gut, er hat natürlich die meiste Punkte, er hat auch verdient. Also ganz ehrlich, der hat die Bombe gebracht ans Ziel und zerstört. Und wahrscheinlich hat er noch gekillt. Der einen. Also der, der wirklich, der hat es verdient. Da sind wir drei Kills eigentlich gar nichts wert. Verstehe ich auch. Also wirklich, ich bin, mir ist das gar nicht so richtig. Ah nee, haben wir ja wirklich gewonnen. Oder kommt jetzt eine andere Map und darauf geht es weiter? Ich habe keine Ahnung. Entschärfung heißt der Modus. Suchen und zerstören heißt er, glaube ich, wirklich in COD. Ich habe COD eigentlich gar nicht so gespielt. Hier gucke ich die Videos und das ist es dann eigentlich auch. Also manchmal gucke ich Videos von Let's Playern. So wie ich es einer bin. Ah hier, bam. Laser in your eye. Da. Okay, weiter geht's. Mann, 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 Mann. Was ist das hier? Vier gegen vier? Wirklich? Ich habe aber nur, glaube ich, drei. Ach nee, da steht da seine Lage gerade. Kann man machen. Okay, einen Bomben-Typ sieht man nie. Achtung, das war eine Granate! Okay, nice. Easy. Alter. Das ist aber mal wirklich, das geht ja voll auf das Herz. Richtiger Puls habe ich da bekommen. Richtigen Puls. Junge, Junge. Haben die jetzt gelieft oder wie? Nur weil ich die mal kurz jetzt alle da getötet habe. Bitte nicht. Oh, hey, 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 hey. Okay. Oh, jumping. Jumping, mumping. Haha, sehr witzig. Okay. Jetzt aber... See, we is here. Wir sind die Angreifer? Nein, sind wir nicht. Okay. Ich glaube, die gehen jetzt nach A. Die kommen von außen ein bisschen da draußen. Rennen die jetzt herum. Könnte ich mir gut vorstellen. Alter, was ist das für ein Ping? Na, oder auch nicht? Ich crouche immer so. Nein, damit die mich nicht bekommen. Ach, fuck it, Junge. Das war jetzt richtig scheiße. Jetzt gewinnen die. Weil ich bin nicht von außen gekommen. Und schaut euch das an. Drei gegen vier. Das war ja auch schon kein Spaß mehr. Renn zur Bombe, Junge. Oh. Renn von außen. Ich will mir das nicht ansehen. Ja, ja. Hier ist jemand. Vorsicht. Na, okay, das schaffst du nicht. Äh, scheiße. Na toll. Hm. Muss man jetzt mal schauen. Okay, mein, mein Ding lasse ich so. Ich meine, die spielen ja mit den... Dingen. Ach, komm. Ich meine, drei gegen vier. Das ist unfair. Das ist sowas von unfair. Sorry, da hat man keine Chance. Okay, vielleicht hat man eine Chance. Dann tut es mir leid, dass ich jetzt einfach nur Lügen so verbreite. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ganz ehrlich, seriously. Einsatzziel bravo wurde vom Feind scharf gemacht. Ah, das war's schon. Na, Medpaket. Alter. Das war ja mal richtig bescheuert. Und ich hab natürlich den getüttet, der da irgendwie AFK war. Naja. Na gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich beende hier die Folge, weil... Der Modus, der ist jetzt nicht so spaßig. Da fehlt irgendwie der Spaß. Also, natürlich, ich hab Puls. Keine Frage, bei so einem Modus. Aber das ist mir schon ein bisschen zu anstrengend. Würde ich... Ja, ich würde sagen, wirklich, das ist zu anstrengend für mich. Da muss man sich richtig konzentrieren. Da darfst du keinen Fehler machen. Wirklich, ey. Okay, ich spiel jetzt nur eine kleine Minirunde. Aber dann mach ich wirklich... Geh ich hier wirklich raus. Wirklich jetzt. Okay, komm. Das geb ich mir wirklich noch. Von der anderen Seite zu spielen. Solange es 3 gegen 3 ist, ja? Das mach ich noch. Aber... Na, komm mal. 130, 126, 140. Das sind richtige Pros. Du hast keine Chance. Wer will die? Wer will die? Du willst die? Okay, das ist ein Spaß. Na, weil wenn es gar keinen Spaß gemacht hätte, würde ich natürlich jetzt nicht weiter spielen. Da habt ihr recht. Habt ihr vollkommen recht. Nichts. Oh Gott! Nein, das ist für Leute ausgesagt! Hier! Wir haben die Haken in Sicht! Ja! 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 Hier ist deine erste Hilfe, Mann! Wir haben den Sprengsatz an Einsatzziel Bravo angebracht! Da ist er. Nice! Okay, das macht vielleicht ein bisschen Spaß. Ich, ich geb's zu. Das macht Bock. Das macht wirklich Bock, aber... Boah, diese Concentration. Diese harte Konzentration die ganze Zeit. Das war natürlich eine geile Runde, dass... Dass der da kam und mich noch schnell weggeballert hat. Aber dieser Sniper, ne? Der weiß nicht mehr, wer spielt. Seriously. Und wir sind gerade die, die Bombe da machen müssen, ey. Ich dachte, wir werden wieder Verteidiger. Oh, Mann. Ey, ihr seid gute Spieler. Ich lobe euch. Und Spaß. Ihr seid geile Mitspieler. Solche will man haben. Das mein ich jetzt ernst. Schade, dass sie mich nicht hören. Ich würde jetzt mal wirklich loben. Egal, was jetzt passiert. Den Lob haben sie von mir. Fuck, vier. Vier Gesundheit. Vier Gesundheit, Junge. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist nicht even possible, ey. Dass ihr mit vier gewinnt. Ja, das war schon, oder? Nein, verloren. Ach, das war so, so eine tolle Runde eigentlich. Ey, der hat, der hat, der hat eine geile Waffe. Okay. Na, Schrotwind. Auf diese Reichweite, auf diese Distanz ist er natürlich geil. Also, ach, ich will aber keine. Aber ich muss, glaube ich, eine nehmen, oder? Ey, krass, Leute, wie ich da verstehe. In der Luft. Ist das so gewollt? Ne, war ein Bug. Geil. Jetzt sind wir vier. Vier gegen drei. Der hat das Team gewechselt, der Wichser. Das ist unfair. Das ist richtig unfair, wenn der so spielt. Alter, was ist das für einer? Oh, ich habe auf die Map geguckt. Ich habe auf die Map geguckt. Ich habe auf die Map geguckt. Ich bin scheiße. Und der hat, glaube ich, zwei von uns gekillt, ne? Weil ich nicht geschossen habe. Oh mein Gott. Schieß. Schieß besser. Mach's besser. Jetzt Zweitwaffe. Du hast noch drei Muni. Zweitwaffe. Okay. Dann halt nicht. Selbst weil, bei, ähm, Ne, jetzt, ja, jetzt hat er gelieft. Das ist geil. Weg ist er. The Boy. The Boy ist weg. Na gut, dann beende ich hier die Runde. Das war eine harte Niederlage. Da würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Battlefield 4. Die auf jeden Fall nicht diesen Modus beinhalten wird. Darauf könnt ihr sicher sein. Äh, da können wir sicher sein. Also, wie gesagt, Ist ein geiler Modus, aber Lieber spielt man so zusammen. Im CS. Und dann labert man dabei. Und sagt, hier, da. Hinter einem Haus Nordwesten ist einer, der versteckt sich gerade und hat noch wenig Leben. Das wäre natürlich viel besser als jetzt hier einfach so und, ne. Irgendwie ist Battlefield dafür nicht gemacht. Finde ich jetzt. Ich meine, das ist auch der einzige Server, den ich bis jetzt gefunden habe. Sagt ja schon ganz viel aus. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Battlefield 4. Haut rein.